So gut, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, wir haben nämlich ein bisschen umprobiert und so. Wir hatten uns nämlich schon gewundert, dass der Loot Crate in der Höhle nicht mehr respawnt. Und wir haben jetzt den Grund dafür gefunden, denn hier vorne, diese Mauer hier, sorgt dafür, dass unten in der Höhle, da wo wir diesen krassen Helm, diesen Blueprint gefunden haben, diese Hälfte hier sorgt dafür, dass der Loot Crate nicht mehr respawnt. Deswegen müssen wir das hier erstmal wieder wegmachen. So wie es aussieht, können wir dafür aber Behemoth Gates dahin setzen, weil Behemoth Gates zählen nicht als Struktur, die den Respawn weiteln, sozusagen. So, ich weiß nicht, Bugsoso, willst du mir dabei schnell helfen, dass wir das zusammen machen? Was soll ich helfen? Die linke Seite der Mauer wegmachen oder irgendjemand anderes für den Respawn. So wie es aussieht, sind Damagezahlen an. Scheiße. Habe ich irgendwie vergessen auszumachen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es fast schon ausreicht. Ich weiß es nicht. Ich mache mir trotzdem noch ein bisschen weg. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie, äh, Stunde zu warten, und dann ist es immer noch nicht da. Wollten wir die vorige Mauer abgreifen? Nee. Oh, du hast jetzt die vordere Mauer abreißt. Ich reiße die, die nicht die vordere ab. Ich reiße die hier ab. Wer hat denn jetzt die vordere weggemacht? Na ja, das kommt drauf an, was man als vorderes bezeichnet. Und, äh, ich war das. Okay. Aber es macht auch nichts. Da stellen wir auch, wie immer, geht's hin. Ja, okay. Na komm, Bugs, du weißt ganz genau, dass welche gemeint war. Was, wenn die Vögel so nicht mitprobiert hast. Ja, ich hab tatsächlich nicht richtig hingeguckt. Ja. Na gut, haben wir halt. Brauch' Steine. Gib mir einer, Steine. 40, 40, 40, 40, 40. Was ist das scheiße? Ja, das ist scheiße. Eigentlich würde ich den jetzt nicht mal neu starten. Als es schaffen, 40, 40, go, gib ihm. Schwere Geburt gewesen. Kann schon jemand mal geguckt, ob in der Öle das Teil des Baumes ist. Brauchen wir nicht, weil das Bord hat erst, wenn wir jetzt wieder, mit dem wir die Strukturen mitgemacht haben. So, ich bau sie an sie und wenn ich nehme, die Crime, so okay. Okay. Nicht schön, aber hässlich. So, okay. Und das wird jetzt, ne? Ich meine, den Telefon, da muss ich auch gleich mal noch sküren. Es können sein, dass wir nur ein bisschen wenig Elektronik haben. Ich brauche auf jeden Fall eine Elektronik. Hallo, mein Kredit ist da. Und der Höhle? Oh, die Gelbe. Echt, gras. Na gut, dann. Ja, bitte. Musst du das machen, da muss man da drüberspringen. Ja, nee, klar, macht es Sinn. Macht es Sinn, weil bei der Weesbahn-Countern ist ja quasi schon abgelaufen. Und dadurch, dass wir jetzt die Mauer entfernt haben, konnte das jetzt fahren, sozusagen. Also, ich bin gerade im Schneegebild unterwegs. Ich... Nö, dann, dann... Also, du kannst auch... Was war das denn gewesen? Er explodiert alles. Ja. Sassoon. Sassoon. Raketenwerfer. Jo, Raketenwerfer. Jetzt schon? Okay. Tja, super, weil die Mauer weg ist. Dann komme ich mal so schnell wie möglich zurück. Der macht gerade alles kaputt. Ich bin tot. Höchstens Auto und Angelo. Ach du Scheiße. Baxi... Ach du Kacke. Was ist das bitte? Fängt ja super an. Also, ich habe hier noch einen Floß bei Westrei. So, niemand ist nur da, der so zu tun in die Köln kam. Also, ich mache mich auf dem Rückweg. Wochen ein paar Minuten. So, ich sehe mich auf der Höhle. Ja, was ist denn in der Höhle? Ich bin schnell. Ich will gerade alles und so eine. Ja, ich bin tot. Boah, Köhler. Äh, das ist von Köhler. Auf den Köhler. Nein, ich häng fest. Oh, Scheiße. Ich habe halt keine Waffe, ne? Ich habe nur eine Armbrust und eine Pike. Haben gekillt. Ja, gut. So, nice. Ja, alles kaputt gemacht, oder? Oh, ja. 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 Hat schon eine Sniper und alles. Alter Schwede. Jetzt geht es mir schon wie ein Kommandant. Ja, der bien die Mauer weggemacht hat. Es wäre ein Raketenwerferschuss mehr gewesen, aber ich wäre es nicht angekommen. Eben. Übel, 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 übel. Wieso ist mein Preset nicht mehr gespeichert, ey? Ja, oh, er muss man ganz schnell sichern, weil den Spot will ich jetzt nicht verlieren. Kann es gut sein, dass jetzt gleich ganz viele Nachdrücken von denen. Ich würde es zumindest nicht wundern. Ah, das ist ja ein so eiskalter Wüchth. Und ja, Fehler. Tür zur Tür auf dem Gelassen, Alter. Ich hätte es niemals so mitgerechnet, ey. Niemals im Leben. Ich auch nicht. Ich habe gerade irgendwie 1500 Holz mit mir rumgetragen und war ein absoluter Slow-Mo unterwegs. Warte, ich bringe das Target hier rein und mach alles rein. Ja, ich versuchte vor allem uns wieder zu looten. Also ich hatte einiges an Zeug dabei und so. Und alles aufheben, was runtergefallen ist. Ich versuch schnell ein paar Kisten zu bauen. Ja, Kisten bauen, alles reinhauen. Alter Schwede. Okay, also irgendwie wir müssen das, also das komplett zubauen geht aber nicht. Du kommst doch mit Grapplinghook und so easy rein. Also wahrscheinlich müsste man einfach gucken, dass... Ja, was ist mit dem Tod gewesen? Das hat überhaupt nicht gezündet. Brauchen einfach Turtles und müssen das mit Turtles schnell absichern. Und das geht's nicht. Da hätte er einen Scheiß machen können. Übel, übel, übel. Ja, der hat gleich den Generator ausgeschaltet. Nein, ich bin runtergefallen wegen der Mastercraft Slingshot. Hat mich eine Fledermaus runtergeschubst. Läuft. Was? Läuft, die wird's gut, ey. Unglaublich. Ich war in der Höhle, hab das Ding gelootet. Wirklich? Mastercraft Slingshot? Ja. Ich habe gewettet, das nächste Ding, was da spawnt, ist eine Mastercraft Slingshot. Das ist echt was zu fassen. Kannst du dich noch erinnern, Maury? Ja, ja, stimmt. Ich sehe von hier die Damaged-Sign. Ich bin am Arsch der Welt. Weil er hat deswegen uns gesehen gehabt, Uwe sind. Ja, natürlich. Ich muss gerade nochmal um, hier bei uns an den Stein, weil hier ist keiner mehr. Ja, Uwe so ganz schnell auf jeden Fall, das Lut zu sichern. Ja, ich brauch mal real, ey. Was brauchst du denn? Ja, Holz und alles, aber ich hab. Die Mammung des Holz. Am Übergang zum Eis oder an dieser Bucht? Nee, in der Bucht. Ey, aber auch genau in dem Moment, wir hatten jetzt die Damage-Zahlen an, aus Versehen. Deswegen hat er uns wahrscheinlich entdeckt. Dann hatten wir jetzt, wir wollten die Mauern ja gerade austauschen. Wir wollten ja gerade Behemoth Gates hinsetzen. Damit der Respawn wieder ist, hatten wir die ja weggemacht, wie gesagt. Und genau in dem Moment kommt natürlich Sassoon vorbei. Närgerlich, ey. Ja, nicht in der... Geiles Timing, ey. Es ist halt unglaublich, mann. Alter, ich will gar nicht wissen, wie das Lager jetzt aussieht, ey, die Base. Alles nur, weil er bei Survival of the Fittest nicht gewonnen hat. So, ich mach mal nochmal, ich muss unbedingt hier ein Template machen, ey. Aber, da könnt ihr mich dann abholen, ja. Ach, so seid ihr das, da brennt ein Boot. Das ist aber schon nach dem Schneegebiet. Nee. Also, auf der außerhalb des Schneegebiets. Richtig. Wenn wir nicht schnell so eine Verteilerbox machen. Bist du, weiter Richtung Schnee oder da? Nee, 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 ich bin weiter in die Richtung, von der gekommen seid. Ich springe jetzt gerade, seht ihr mich, müsst ihr mich eigentlich sehen, wenn ihr das seid. Na, kurz. So. So, es ist mit ihr Beuch. Okay. Und dann sofort ein Fabricator. Ja, immer. Und dann brauchen wir unbedingt ein Outlet. So, ja. Und dann haben wir erstmal einen müssen. So, ich kann rein. So, okay. Ich bin voll traurig. Ach, komm schon, damit. Ja. Dem dir die Grabling zu uns. Jetzt ist es jetzt nicht euer Ernst hier. So, ich jetzt aber. Okay, ich muss ganz schnell in die Base, sonst erfriere ich. Gingst du ehrlich? Ich glaube, ich auch. Oh, es ist deprimierend. Sämtliche Fortschüsse weg. Aber der Tisch steht noch immerhin. Boah, ich konnte nicht mehr. Kann den blauen Biegen so auch was Gutes drin sein? Bist du mir näher von dem blauen Biegen? Ja. Ähm, da bin ich nämlich 116er Wolf bei mir. Oh, ich steck schon wieder fest. Nein. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Mein Wolf ist toll. So, Alter, das ist so schlecht. Ich täm dir jetzt einfach beide. Probierst du mir nicht. Könntest du da auf dem Wolf rum? Meiner ist gerade gestorben, Lutz. Weil am blauen Biegen ist einer mit dem Wolf. Ne, das bin ich nicht. Okay. Das ist ein Gegner drin. Ich renne hier mit dem Sperr rum. Ich pack es mal hinten an die Wand. Tor ist aufgebrochen. Nein. Oh, Mann. Tor schießen. Da rennt einer rechts. Rechts hinter der Mauer ist einer. Das gibt es denn nicht, ey. Der ist hinten. Der ist hinterm Haus, hinterm Haus. Ich will den Wolf jetzt. Der Raketenwerfer da. Oh, der schießt schon noch auf hier. Äh. Matze Gaming. Leute, die kommen jetzt alle. Die sind von hinten. Hinten sind zwei Stück. Noch mehr. Shit. Mal, was ist dauernd? Ja, aber erst auch dauernd. Wie viele sind da noch von denen? Ist einer bei mir? Nein. Ich komme jetzt. Neck. Ich glaube, der looted mich, oder? Hatte mal war der Tod. Es kam keine Killmeldung. Ist das denn? Okay. Der ist tot. Also sind das noch Gegner dauernd nicht? Den können anderen nicht. Unten ist einer am Wasserhaut, der hat den blauen Biken gelootet. Das hat so geleckt, ich hab den fast schon mal Arsch. Haben die wieder alles kaputt gemacht, oder was? Hinten sind die durch. Tja. Wie gesagt, hängt es rum mit dem Turrets, dann kann da erstmal nichts mehr passieren. Offensichtlich haben die auch jetzt kein Aufgebot an krassen Dinos oder so und können das mal nicht viel machen. Jemand bei mir eine Leiche? Ja, ich hab da eine wichtigen Sache mit. Super. Oh Gott. Gibt es jetzt irgendeine Möglichkeit, nach oben zu kommen? Großbau. Köppenhook. Muss nur, weil es einer unterkommen ist, geben oder so. Vielleicht mal schnell einen Teleporter bauen, wer flischt. Guck mal in die Ensign Bench, da müssten zwei Ringe drin sein, wenn die nicht kaputt gegangen ist. Da standen eine leider an der Rückwand. Ja, okay, dann platziere ich das gleich so für das Taming-Gehege, weil wir haben jetzt nicht so viele. Sind zwei Ringe drin, ja, die Bench steht noch. Ich kümmere mich drum, ich mach das jetzt. Ich will nur schnell meinen Wolf nach oben zu bringen. Oh, ich muss jetzt wieder das Zeug aufheben hier alles. Gibt ihr mich mal noch? War das jetzt nur ein einziger gewesen, oder was? Zwei. Sind ja beide tot. Ey, das ist ein T-Rex von unserer Haustür. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Ein T-Rex von unserer Haustür. Okay. Ich habe den blauen Beken gelootet und es dann wieder hoch. Komm her, du fuck, kack Wolf, ey. Komm her. Oh, kack. Also ich hätte das Bluepint noch, ne? Hm. Ich muss aber erst mal Papiere gerinnen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der T-Rex hin gerannt ist. Kann sein, dass er jetzt zu euch auf der Base gelaufen ist. Ich bin jetzt unten bei den Booten, ne? Echt? Dann könntest du mich mal reinladen. Hm, okay, ja, gleich. Ich bin zwei Minuten auch da. Wir sehen einen T-Rex, der steht links von uns. Also, die können wir vorstellen, dass wir uns jetzt gleich raiden wollen. Fensters, ah, das Fenstersystem ist das. Lol. Wollen die uns jetzt zwei Äppeln, oder was? Komm, jetzt alle, oder was? Dann hast du das hier vorne, ne? Hm. Das ist natürlich klar. Erste Staffel, wo man sich richtig verteidigen können und alle kommen, alle vor allem, ne? Das war ja auch nicht so zu erwarten. Ich mag den Einladen, aber. Muss das mal von Gott. Oh, sorry, ich habe mich nicht gesehen. Hm, ich glaube, ich kann nicht ändern, weil ich kann nicht abnehmen. Also, der steht mit dem T-Rex immer noch vor unserem Base rum. Kann jemand mich mal schnell zum Abo nehmen? Weil die, damit ich den Bug einladen kann. Jetzt hat er mich nicht gesehen. Nääääh. Und bo, kannst du vielleicht zu deinem Tabletkater bauen, schnell? Äh, ich muss die Staffel mal aufheben, sonst sind die weg. Ja, aber ich baue für dich Kisten auch. Soll ich dir ein paar Kisten geben? Ich wollte nur mal gucken, ich muss das Zeug nur umladen. Wie bitte? Ich wollte nur mal gucken. Ich tue nichts. Okay. Weil gerade Couselos und so und schon die ganze Zeit nerven. Ja. Hab ich schon gesehen. Gut, alles klar. Ich bin auf dem Screenshot. Hm. Dann haue ich mich mal wieder ab, bevor ich mich nochmal abschiebe. Wurde rein. Hab ich getroffen oder was? Äh, ja, dein Aim hat sich verbessert. Ich war tot. War ein Headshot. Okay. Ich glaube, ich habe nur eine Kisten. Okay, das war Fenster. Und er hat gesagt, er wollte nur mal gucken, er geht jetzt wieder weg. Und er meint, er ist fast tot, ich hätte ihn irgendwie anscheinend mit einem Headshot getroffen. Hat mein Aim, hat gesagt, mein Aim ist besser geworden. Und er schmeißt das hier. Also, ja. Na, cool. Und das ohne Shadowstake. Ist er auch noch hoch, irgendwie. Ja. Nimmst. Ja, aber daran, dass die immer einzeln kommen und so, dann siehst du doch, dass die jetzt nicht krass raiden können. Sobald wir da Turrets stehen haben, ringsrum, dann können die nichts mehr machen. Fax. Hm. Hier drinnen ist eine Crossbow mit geladenen Grappling hoch. Du gehst hoch und dann schmeißt mir einfach die Crossbow runter. Bau dir doch ein, ja, das müssen wir hier. Ich bin doch zeug. Brauchzeug drin, ja. Hat doch eben einer gesagt, dass... Turretschießen. Ah, hier ist ein Raptor. Ich häng dran. Was mach ich jetzt? Hier hängst du. An den Raptor. Pola. Das Richtig. Wo ist er? Naja, ich... Vor dem Tor oder bei uns in der Base? Naja, ich häng an dem dran. Also ich bin... Was? Ich triff den nicht. Haben? Haben? Ich versuche ihn zu betäuben. Was denn cool seht ihr das? Sehr betäubt, komm, komm, komm. Du bist doch vor dem Demo-Track, oder? Nee, ich hab den dem dran gehangen, alter. Ich weiß nicht, was das wissen soll. Er hat sich dran gecrabbelt. Er hat sich dran gecrabbelt. Oh, er konnte sich wieder befreien. Oh, Mann. Ey, ist ja so ein cooler Kill geworden. Ich bin erstmal froh, dass die die Basis noch nicht weiterverfuckt machen. Also es war übrigens auch ein Cousetor gewesen wieder, ne? Ja, die werden uns jetzt sozusagen auf den Sack gehen. Ich hab den Fabricator zu hoch gestellt, dass er nicht immer weggeballert wird. Die Mauer ist übrigens immer noch das Loch drin, ne? Muss man mal wieder in ein Tor reinsetzen.